Bist du bereit, Val? Immer, Käpt'n. Weißt du, wie die Waffe funktioniert? Denke schon. Auf das Monster zeigen, abdrücken. Ihr erledigt den Rest. Das werden wir. Alles klar, das war ein sehr kurzes Gespräch. Auf jeden Fall willkommen zurück zu Let's Play E-Wolf und Vortex-A-P. Ich nehm euch auf jeden Fall beim Wort, ne? Ich schieße einmal drauf und den Rest übernimmt ihr. Alles klar, du musst aber heilen, ne? Bitch! Denk Skin gefällt mir irgendwie. Ich weiß, das ist geil, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ich hab mir nicht gerade gehört, dass der einzige Skin, den es noch gibt. Der sieht echt geil aus. Ich mag dieses Orange, ne? Planet Skin incoming, man! Wow, 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 wow. Wie läuft das so schnell? Das ist fies. Du auch. Du musst einfach nur Doppelsprung machen, dann boostet er nach vorne. Ja, ich weiß, aber so viele Jetpack haben wir auch nicht. Dann hab ich nachher kein Jetpack mehr, um zu entkommen. Ziel gesichtet. Was denn? Das ist was Totes? Hm, das Vieh, wo ist es denn? Ich gucke mal. Okay, er hat's gerade gefrühstückt. Hier sind die Fußabdrücke, das heißt, es müsste in der Nähe sein. Hier hat's auch gefressen. Au, wir haben die Blechbüchse im Team, nice. Ach, nee, nee, das ist nicht die Blechbüchse, okay. Da hinten ist es. Da hinten war's gerade. Das heißt, Augen offen, man. Ich hab's gesehen. Okay. Ich hab das Betonungsgewehr in Anschlag. Was rennt da hinten hin? Wand klettern ist nur ein bisschen. Alles klar, er hat in die Wand geschossen. Alles klar, schießt gegen irgendwelche Sachen hier in der Umgebung. Krasser Typ auf jeden Fall. Teammate des Jahres. Jedes Jahres. Oh, das ist Kragenjahn. Eingesperrt. Oh, nice. Ja, man, Double Damage, weil du noch Level 1 bist, bitch. Nicht nur um nicht, obwohl ich auch so, ich hab grad wenig Leben. Na denn, nur mich? Ich bin bei. Geil, du musst nachladen. Du hast auch noch Special-Fähigkeiten, die kannst du auch heilen. Jo, hab's grad gemacht. Achtung, der Tank. Nice. Guck mal nicht drum. Oh, ja, Mann, Alter. In a motherfucking face, bitch. Was? Warum? Slow-Granaten. Fliegt meine Slow-Granaten. Scheiße. Ich hab vergessen. Was hast du vergessen? Gott, aim. Scheiße, Mann. Ich wollte ihn noch markieren. Da hätten wir jetzt noch gewusst, wo das Vieh ist, aber mein Teammate war direkt vor mir und ich hab gegen mein Teammate geschossen. Ich sag dir, das wäre der Schuss gewesen. Der motherfucking goddamn Schuss. Ich habe Sichtkontakt zum Monster. Ausrücken. Ich glaub, mein, äh, Betäubungsgewerbe... Da oben ist ein Bonus, da oben ist ein Bonus. Jo. Ich töte den Albino. Ich hab ihn. Feuere auf dich so her. Komm, mach weg das Vieh. Mach's. Nice, Vorteil nehmen. Nice. Akkord die Zeit, ja. 15 Sekunden. Jetzt ist mein Planeten-Scans noch schneller aufgeladen, Mann. Hatten alle volle Leben, ja, ne? Gut. Äh, keine Ahnung, was musst du mir sagen? Ich kann's nicht sehen. Ja, gut. Alle haben so volle Leben. Obwohl... Hoffen wir's. Ja. Es steht direkt hinter Berg. Es wird, glaub ich, gleich vorrennen. Versuch's abzufangen. Oh, hinter mir. Mach ihn, ne Fresse. Komm, Schild, lad, schneller. Lad, schneller, Schild. Geh doch, Mann. Das war knapp. Das war fucking knapp, Alter. Deine Mutter hat Vögel aufgeschreckt. Boah, ein Vögel. Oh. Was macht das wieder oben, Alter? Ich versuch's einzuslowen noch ein bisschen. Uh. Okay. Da ist die Entscheidung für mich abgefallen, sonst hätt er mich getroffen. Ruf da, ruf da, ruf da, ruf da. Da lief das, was du gerade. Ich bin eigentlich gerade noch weg gewesen, ne? Nein, du musst Bescheid sagen, Mann. Du bist der Manic. Du bist der Letzte, der daumen gehen darf. Ohne dich sehen unsere Leben nicht mehr so gut aus. Ja, ich bin gerade am Heeren. Den Dexter, unseren Tanki. Nein. Nein, das Panzer ist weg. Nein. Mist. Ich slow ihn ein, da hinten in der Ecke. Und dann einfach noch drauf schießen. Oh, ist er dumm. Ist er dumm. Guck mal, die Kuppel ist weg und er bleibt einfach bei ihm stehen, ne? Aber nicht rauf gehen, nicht zu nah rangehen. Er muss halt in seiner Ecke bleiben. Ja, ja. Na, fülle ich gu... Oh, Schat, ich bin down. Nein. Medic. Ich glaube, du kannst mich auch mit deinen Attacken heilen. Einfach so, indem du ihn auf ihn schießt. Alter, deine Leben. Deine Leben, Mann. Ja, ja. Oh, wir haben sowas von reingegiszt, ne? Deine Aktion war gerade mega sinnlos. Wieso mega sinnlos? Ich bin gerade von ihm weggerannt. Aber vorher in ihn reingerannt. Nee, ich stand da. Ich habe gerade den anderen Platz wieder... Boah, dann würde ich sagen, ich muss in der nächsten Runde. Das war noch ein Rhein. Tschüss. Ciao.